Stell dir vor, wir Menschen Das lassen, was wir hassen, was wäre dann? Dann gäbe es in unserem Land endlich gutes Fernsehen Weil die Fernsehmacher Fernsehen machten, das sie selber gern sehen Statt um die Quote, um die sich dort alles dreht Ginge es auf einmal nur um pure Qualität Des Weiteren fehlte dann hierzulande jede Spur Von leblos hin gerotzter Zwergarchitektur Plötzlich wären unsere Städte Städten der schieren Freude Statt Ansammlungen kalter, deprimierender Gebäude Es gäbe keine nervtötende Werbung mehr Weil sie ohnehin komplett überflüssig wär Denn ausnahmslos jedes Produkt, das existiert, wär dann mit Hingabe und Liebe produziert Die Werber würden nicht mehr ihr Talent verschwenden Sondern sich fortan der guten Sache zuwenden In einer Sache, die sie künstlerisch und inhaltlich erfüllt Und eben nicht mehr Werbung machen für Nestlé oder die Bild Plötzlich handelten wir alle aus authentischem Gefühl Und nicht mehr aus Angst und marktwirtschaftlichem Kalkül Wir folgten unseren Herzen und unseren Gelüsten Statt das zu tun, von dem wir glauben, dass wir's tun müssten Wir würden uns entfalten und neu gestalten Und nicht mehr tun, was unsere Alten für richtig halten Die sich klammern an vermeintliche Tugenden und Sitten Unter denen sie absurderweise selber früher litten Wir trauten uns, wir selbst zu sein und unkonventionell Und studierten kaum noch Jura oder BWL Oder sagen wir so Betriebswirt oder Jurist Wird dann nur noch der, der das auch wirklich gerne ist Wir alle würden einen Beruf ausüben Den wir wirklich gern tun und von ganzem Herzen lieben Die gute Laune würde steigen, ganz egal wohin man guckt Und ganz nebenbei auch das Bruttosozialprodukt Die richtigen Leute wären Ärzte oder Richter Lehrer und Beamte und die Falschen wären Nichter Die richtigen Leute wären Bäcker oder Bänker Krankenschwestern oder Stadenlenker Erst die Arbeit, dann das Vergnügen Diesem Dogma bräuchten wir uns nicht mehr fügen Denn das Vergnügen finge ja dann Für uns direkt schon bei der Arbeit an Und wie schön ist es, wenn man bei einem Menschen erkennt Er brennt vor was er tut und ist in seinem Element Und wie schön ist es, sich mit solchen Menschen zu umgeben Die für das, was sie tun, leben Ich glaube, das ist echt das Schönste, was es gibt So wenn man das, was man tut, leidenschaftlich liebt Und man tut damit nicht nur sich selbst einen Gefallen Sondern letzten Endes allen Vermutlich sagen sie, das funktioniert doch nie Na ihre Hirngespinste, reine Utopie Wenn alle täten, was sie lieben Wo kämen wir denn dahin? Das hat doch alles überhaupt gar keinen Sinn Wir unterwerfen uns lieber weiterhin dem Joch Denn das kann ja gar nicht klappen Was wenn doch Was wenn doch Abonnieren Was Untertitelung des ZDF, 2020